In diesem Video habe ich für dich die wichtigsten Nachrichten der Woche zusammengefasst und ich möchte nun regelmäßige Nachrichten mit dir teilen, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Wie du bestimmt mitbekommen hast, hat Cardano den Abschluss des Alonso Hard Forks bekannt gegeben und damit die lang erwartete Smart Contract Funktionalität eingeführt. Trotz des Meilensteins stellt Cardano fest, dass das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt und behauptet am selben Tag in einem Blogbeitrag, jetzt beginnt die Mission wirklich, da wir, die gesamte Gemeinschaft, damit beginnen die Vision zu verwirklichen, auf die wir alle so lange hingearbeitet haben. Wir bauen ein dezentrales System auf, das jedem überall wirtschaftliche Identität und Chancen bietet. Kommen wir mal zur nächsten Nachricht und zwar wurde in weniger als einer Woche über 2 Milliarden Dollar in das Ethereum-Skalierungsprojekt Arbitrum gepumpt und warum, fragst du dich? Naja, weil das Interesse an Nyon, einem Meme-Token, der auf der viralen Internet-Sensation dieser Nyon-Katze basiert, stark gestiegen ist. Falls du nicht weißt, was Arbitrum ist, Arbitrum ist ein Projekt, das die Überlastung von Ethereum verringern und die Transaktionsgebühren senken soll. Das am 31. August gestartete Projekt nutzt eine Technologie namens Optimistic Roll-Ups, um Ethereum-basierte Projekte reibungslos ablaufen zu lassen. Es wird bereits von zwei großen Projekten im Bereich der dezentralen Finanzen genutzt, kennst es bestimmt, es ist Aave und Uniswap. Bei DeFi handelt es sich um eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie und der größte Teil der Aktivitäten findet, wer hätte es gedacht, auf Ethereum statt, was manchmal zu einer langsamen und teuren Nutzung führen kann. Doch obwohl zwei große Namen das Projekt nutzen, hatte Arbitrum bisher Schwierigkeiten, Nutzer zu finden. Zwischen dem 1. Juli und den 12. September diesen Jahres kaufte MicroStrategy etwa 8.957 Bitcoin für 419,9 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 46.875 Dollar pro Bitcoin. Bis heute hat das Unternehmen 114.042 Bitcoin im Wert von 5,1 Milliarden Dollar zu einem aktuellen Preis erworben. Um alle Bitcoin-Bestände zu erwerben, hat das Unternehmen 3,16 Milliarden Dollar ausgegeben bei einem Durchschnittspreis von 27.713 Dollar pro Bitcoin. Ich sage nur weiter so. Nun eine gute Neuigkeit für alle, die in Demodify investiert sind. Die lang erwartete Beta-Version der Plattform ist nun endlich da. Das gesamte Team hat hart daran gearbeitet, die Plattform pünktlich fertigzustellen und sie sagen, wir wollen ein qualitativ hochwertiges Produkt entwickeln, von dem wir alle langfristig profitieren können. Deshalb hat die Qualität von Demodify oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Kernfunktionen der Plattform in zwei Phasen einzuführen, als Beta-Version und als Hauptversion der Plattform. Die Beta ist eine erste Phase, die uns hilft, sofortiges Feedback von unseren aktiven Nutzern zu bekommen und die Benutzeroberfläche für dich zu verbessern. Darüber hinaus richtet sich die Beta an potenzielle strategische Partner, die sich während der Markteinführung engagieren sollen. Ich sehe die Beta-Phase als großen Vorteil und als Chance, die Funktionalität der Plattform bei minimaler Belastung zu testen. Demodify ist noch super klein, aber eventuell einen Blick wert. Und eine weitere gute Neuigkeit, denn KuCoin listet den Elrond-Coin und kündigt strategische Integration an, die das Listing von Elrond ESDT-Token ermöglicht. KuCoin ist damit technisch für die Notierung von ESDT-Token vorbereitet, was bedeutet, dass Projekte, die auf Elrond aufbauen, die Möglichkeit haben, auf die breite Community von mehr als 8 Millionen Menschen und die hohe Liquidität der bekannten Börsenplattform zuzugreifen. Und nun wird es verrückt. Wie du hier sehen kannst, ist ein NFT-Affe für mehr als 1 Millionen US-Dollar auf Solana verkauft worden. Und der Verkauf ist ein Rekord für den Layer-1-Konkurrenten von Ethereum. MoonRock Capital gab wenige Stunden später bekannt, dass ein CryptoPunk-NFT ebenfalls auf der Solana-Blockchain für 1.388 Sol bzw. 257.000 US-Dollar gekauft wurde. Während sich der NFT-Wahn zunächst auf die Ethereum-Blockchain konzentrierte, führte genau diese Popularität dazu, dass der Verkehr und die Gebühren auf Ethereum in die Höhe schossen. Infolgedessen haben sich Konkurrenten wie Solana mit viel niedrigeren Gebühren und weniger Traffic durchgesetzt. Von NFT zu DeFi, denn die Injective-Bridge ist nun live auf dem Injective-Hub. Mit der sicheren Kettenübergreifenden Injective-Bridge kannst du jetzt jeden ERC20-Token mit der Injective-Chain verbinden. Diese Brücke ermöglicht blitzschnelle Transfers und ist eine der günstigsten Lösungen auf dem Markt. Alle Transaktionen werden dank des Tendermine-basierten Proof-of-Stake-Konsens, den das Injective-Netzwerk verwendet, sofort bestätigt. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Injective-Bridge im Vergleich zu anderen Ethereum-Skalierungslösungen die schnellsten Auszahlungen ermöglicht. Gängige Lösungen auf dem Markt benötigen in der Regel mehrere Tage für Abhebungen, während es bei Injective weniger als fünf Minuten dauert. Jeder kann jetzt quasi von Injectives vollständig dezentralisierten, leistungsstarken und sicheren Netzwerk profitieren. Hier noch eine gute Neuigkeit für alle, die in PortFinance investiert sind. Die haben nämlich ein Yield-Farming-Programm mit Parrot angekündigt. Und apropos PortFinance, ich habe meinen Patreons PortFinance hier in diesem Bereich vorgestellt. Selber gekauft habe ich es hier circa bei diesem Preis und dann ist es auch schön explodiert. Wenn du bei sowas immer auf dem Laufenden bleiben möchtest und solche Granaten nicht verpassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, in meinen Patreon zu werden. Der Link ist in der Videobeschreibung. Du siehst, du hast sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel die Projektstarts mit Potenzial, aber auch kleine Altcoins mit Wachstumspotenzial, die ich immer wieder vorstelle. Dazu noch Tipps und Tricks und Einsicht in mein Portfolio mit Kaufansagen, wo ich eben sage, was ich derzeit im Auge behalte oder habe und dann auch demnächst kaufen möchte oder eben auch gekauft habe oder vorhabe zu verkaufen. Alles klar, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Guck einfach mal rein. Kommen wir mal zur nächsten Nachricht und zwar Convergence Finance integriert Chainlink VRF für transparente und betrugsichere Vertriebsveranstaltungen. Die Integration ermöglicht es, den Smart Contracts von Convergence auf die Chainlink VRF zuzugreifen, um faire und unvoreingenommene Zufallszahlen zu erzeugen. Convergence wird die Gewinner der zukünftigen Angebote auf CONF-O nach dem Zufallsprinzip auswählen und die Ergebnisse sind dann fälschungssicher und auf der Kette überprüfbar. Die VRF-Integration stellt den Beginn einer technischen Integration zwischen Convergence und Chainlink dar und öffnet die Türen für weitere Integrationen in der Zukunft. Das Zerre-Netzwerk, das ist ein Projekt, das ich auch bereits schon vorgestellt habe, das ist die erste dezentrale Datencloud-Plattform und diese hat bekannt gegeben, dass sie 3 Millionen Dollar von Polygon erhalten haben. Außerdem gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt, dass es seinen Zerre-Token-Verkauf mit 28 Millionen Dollar abgeschlossen hat, der von der Plattform Republic vermittelt wurde. Die Plattform erklärte, dass das eingenommene Geld für Neueinstellungen, die Entwicklung des Systems und das Wachstum des Entwicklernetzwerks verwendet werden soll. Das soll es mit der Zusammenfassung gewesen sein, schau noch gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video Leute, ciao! Ciao!